hallo für kürzerne folgen Minecraft Span Ring Do und ich bin zu euer Ski Redbar und was haben wir letzt von meinen Spinks hier macht damit den Newton alten Fabi getrollt in seinem neu erlangten Glück mit Luca zusammen das war ganz entspannt ne leute da hat er diesen kleinen Troll ok leute fliege ich alle wir haben auf dem Server das Fly anders hat mir Fabi gezeigt ich hätte ein bisschen was gebaut und da hatte ich halt sehr frei weil Leute ich bin gerade dabei hier eine Redstone Konstruktion zu bauen ich weiß das noch nicht Fanzine es gibt halt schlecht nicht so viele Turtles wo man so eine Redstone Treffer hat das habe ich gedacht man kann es so bauen Leute ich werde es noch offscreen irgendwie ähm verschönern und irgendwas schönes finden Leute das war ja erst der erste Moment und ich habe ähm wir ja ich weiß nicht ob das letzte Folge war oder jetzt ein random Damage Wert mit ähm Dingsbombs++ gekriegen Damage und das habe ich jetzt Enchanted das haben wir ja letzte Folge glaube ich schon gehabt das habe ich jetzt mal Enchanted weil ich habe jetzt meine Zombie Mob Farm mhm hier überarbeitet Leute ihr seht ihr es wir kriegen auch ein bisschen XP hier habe ich einen Enchanter hier habe ich so Items auf entspannt man kennt Leute und hier so eine Wand und dann haben wir hier noch einen Spin 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 Mob Farm da muss ja mal rein rennen spin zu töten aber ist auch nice und ich habe ähm Plünderung 3 Buch bekommen konnte das auf mein ähm krasses Schwert machen Leute und nice wir haben schon die nächste Belöhnung von Spings deswegen dem ähm Troll an Fabi ok 6 Heart Kanister finde ich nice Leute hier jetzt haben wir volle Herzen ok hier noch ein paar Herzen die wir nicht brauche ok Mending Bücher ok das ist nice und hier Level und ne äh krassere Trust Plate als meine ok 30 Leute die können wir glaube ich direkt Enchanten Enchanten wartet Leute die äh Dinger nehme ich gleich zack 22 32 nice Leute ich würde sagen wir packen das jetzt einfach mal in die Truhen ja ich weiß ich werde noch eine neue Truhen Sammlung machen hier mhm hier haben wir Larp Peace und dann äh Knooo meine Mob Farm hier da unser Level 30 Enchanter ja bei der alten Mob Farm geclaimt wurde von Luca und er mir die Sachen zurückgegeben hat Ehre nochmal an ihn habe ich jetzt hier den neuen Weltwohl gespeichert und Dorn 2 ok Leute man kann ja noch andere Sachen drauf machen und hier Shock Protection ich weiß nicht ob das gut ist Leute es sieht fresh aus wir sehen fresh aus Leute soll ich mal das Design überarbeiten in so einem Texture Pack dass ich dann mein Shirt an hab Leute Könnte ich theoretisch ja machen aber nein ja Leute was diese Folge machen wollte ich wollte zum Spinks gleich gehen und gucken was unsere neue Wochen Quest ist Und meine alte Chestplate äh mal wegwerfen äh nicht wegwerfen sondern zur Seite packen Leute Hier packen wir das mal hier hin und Leute ich hab auf Screen beim äh Farm nochmal so Riesen getroffen jetzt haben wir so drei von diesen Riesenschwertern Halt mir gedacht kann man mal mitnehmen Wird und ich hab die Vorbereitungsgestern Nacht hier verlegt aber ich würde sagen wir gehen mal zu Spinks Und guck mal was unsere neue Wochen Quest ist und ok Leute wir haben neue Ok wir haben neue Quest Box weil man sein verliert so viel Fabi aber naja ich würde sagen wir gehen zu Spinks Spinks Moin was geht Spinks Guten Tag Krieger bist du bereit für die nächste Quest du weißt wenn du sie nicht macht bist du dran Auf jeden Skateboy ich habe herausgefunden dass im Twilight Forest meine Erzfeindin die Snow Queen lebt Du wirst zusammen mit Crafted die angreifen und töten ich würde keine anderen Götter ich gebe mein Bestes Ich glaub Luca ist auch auf dem Server Luca ich glaub der ist drauf ich weiß es nicht ja wollen wir Talken Leute dann erzähl ich mal davon ok wartet ich gehe in Discord Ah nice Moin Skali Es geht Ey hast du schon die Spinks Quest Noch nicht Gesehen Noch nicht Äh bei mir steht halt dass ich mit dir in den Twilight Forest gehen soll Und die Snow Queen irgendwie töten soll soll die Göttin davon sein Den wollten wir ja eh nochmal machen das soll ja die stärkste sein von allen Ok ok Dann kann man zu Spinks und guck dir deine Quest an Ja kurz ich crafte schnell noch was Ok Leute kann man nicht hiervon irgendwas craften Ok so ein 40 Damage Schwert Ok mein Schwert ist eh stärker von daher Ok die ganzen Casts haben wir eh zuhause Mh Hier ein bisschen Schuld Ey Scali Du musst nicht zufällig ähm lila ne halt lila ne Farbe meint ich Lila ne was Farbe Äh ich habe Ich könnte welche anwischen Äh ja mach ich schon Meinst du die Ich guck gerade ab Was Purple Purple Farbe Ja ich mach schon ich hab eh Rose Warum brauchst du Purple Color Ähm ich craft mir gerade was Kann man die so noch färben nein Nein Leute ich würd sagen wir schauen mal Ah Worked ist auch Nice Ok Wißt du bei Miethaus und hast was gestohlen Was Wenn du mir was gestohlen Ich hoffe für dich du hast mir nicht schon wieder was gestohlen Ich kann eh nicht still Du kannst mal aufmachen Hä Ah hi Was hast du gerade geöffnet Ist ne Truhe geöffnet Hab ich gar nicht Ich hab nix geöffnet Hä Irgne Truhe wurde gerade geöffnet Ich hab so ein Case geöffnet Mit Holzsachen Ach so die ja die hört sich wie ne Truhe an deswegen Ah Ich hab meine Sounds eh so leise Dass man eh nix hört Ok nice to game my Ecke Den guck den hab ich mir getraut Ah Dann hab ich ja auch Den hab ich aus dem Wizardry Temple Geklaut Ja ich hab noch keinen gefunden Ähm hast Ah hier sind aber Luca ich glaub Äh wir eh in der nächsten Wie heißt das bei uns normal Äh im nächsten Kapitel kommen wir eh zur Magie glaub ich Ja aber komm mit Komm mit Komm mit Ich zeig dir mal meinen Keller Äh warte Keller ich hier unten Ja Guck Hier nochmal so rein Ok das sieht fresh aus Ok ich beneide dich dass du so gut bauen kannst Leute meinen Keller baue ich auch noch Ey ey Und Skelly Skelly das war's nicht alles Komm halt Uhhh Uhhh Ok Leute ich werd glaub ich nicht so Hier warte Warte kurz Uh Hier komm noch mal extra weh guck Boah Du machst hier so nabrind Ok ich werd bei mir glaub ich Ähm Du kennst ja diesen Tempel den wir in einem Stream machen wollten Ähm mit auch so welchen Blöcken Nur die sind dann weiß und so futuristik Ich glaub ich werd bei mir so n futuristischen Keller bauen Leute Nicht so n natürlichen Luca kannst du dir mal aufmachen Funktioniert nicht Ok nice Ähm Wollen wir dann Ja Ok ach hier machst du deine Ecke Wollen wir dann äh kurz deine Spings gedöhnt holen Und dann versuchen die Snow Queen zu besiegen Ich guck nur kurz wie man nen Zauberstab Weil ich weiß Leute Wie man sich So nen Zauberstab in ein Spell drauf macht Weil ich hab mir ein Charly davor angekommen Hey Leute ich bin noch auf Knochen Vintage gegangen Wo bin ich jetzt bei Spings Ähm Der Zufall ist ja Leute Ja moin da muss ich muss an der Stelle Leute komm noch ein Spell nehmen ja Das Popcon der Zuschauer wird kalt Äh lass Lass Hier den Skill Es fällt einfach nehmen was ist das Hier ok hier steht aber nicht Du hast schon gesehen Es gibt neue äh Questbooks Weil es jemand die verloren hat Haben wir jetzt alle neue Questbooks Ey mir werden einfach die Zauber einfach nicht angezeigt Weil kannst du nicht Äh das dauert Keine Ahnung wie das geht Ich hab selbst noch nicht herausgefunden Die Frage Okay eigentlich sollte die Zauberstäbe sollten eigentlich Aufgeladen Äh nicht auf Äh Aufgeladen sein Mit Mana Dass kannst du schon anders machen Ich will jetzt nicht nur ob ihnen beziehen Und ich will wissen was deine Quest ist Vielleicht kann man die kombinieren Da mit Okay ah ah Er hat sich aufgeladen okay okay ich hab Bauch machst du Göl Hier gibt es da irgendwelche Sachen Ring of Was Ring of Combustion Ei Control hat ihre Frage ja ok und explodieren ich gehe mal Leute wir setzen hier irgendwo nen chest und das räume ich schnell aus und da sehen wir uns unten bei der Spings wieder hier ach du machst nen Cut okay Leute ich würde sagen wir bereiten uns eh warum brennt der da ja weil ich komm wir machen hier die ganzen Sachen weg die ich nicht Leute komm wir helfen dem Wesen was da ist komm hier ok das Wesen dann selber sag ja ey was zündest du mich unten wirst du mich auch nicht zünden okay hier nice food okay hab ich Autochamp an? ah ich hab Autochamp an okay ich flieg gerade okay hey kannst du dich nicht e-porten? ich hab keine Warpage unten ah doch was kein Warpage es geht unter meinen Hügel deswegen ich brauch da den kurzen Weg runter okay ich bin da okay Leute ich hab gleich gezeigt ich hab jetzt einen großen Rucksack hat mir gemacht auf entspannt was kann dieser Spell okay Leute da kann jetzt solche Protekt okay cool ist nicht der allerstärkste Leute aber die wär noch stärker so Leute wo bist du? wo bist du? ich zeig dir mal meinen Zauberstab ja warte ich komm zur Springs ich guck was jetzt ein Quest war in mir schaut wo bist du? wo bist du? ich zeig dir kurz guck 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 wo es geht warum guck mal warum hat Wookie hier der ähm der hat so eine Entwicklung bekommt der jetzt über da und das ist ein Teil von dieser Entwicklung es rauchen ihn ist okay guck mal Skalee guck her ja guck was die Quest ist okay Leute sorry dafür ich bekam eine Marmereine und wurde rausgebunden das in zwei Jahren ist eine Erzfeindin die Snow Queen lebt du bist zusammen mit Skelett Boy die angreifend tödlich auch die keine Reiche wie ich ah ok wir beide gleich okay dann lass erst mal hast du noch eine Karte meine Na klar was denkst du denn ich bin jetzt nicht vorbereitet ich bin aber ich habe mich vorbereitet das nicht haben ey ich habe mich gerade überall anders hin geht um Wort auf bis ich eigentlich äh dich erwischte weil ich gerade relativ los war bist du gerade bereit ok war kurz eh work ist glaube ich noch unworky komm zu spinnen wir haben keine Zeit wir haben keine Zeit Leute doch doch wir können nicht hier lassen ich habe keine 70 Minuten Folge zu machen egal ich glaube da schaut eh keiner Spinks Worky wo bist du 70 Minuten Spinks alter Leute wer gönnt sich denn sowas okay in der Zeit wo ich sagen öffnen wir ein paar Cases okay worky wo bist du hier worky und wirst du haben wir ein paar Ken ich werde eh bei mir tragen mal ein großes Case unboxing macht so hier kriegen wir ein Helm hier kriegen wir die 22er wow hier brennt sich komisch an Zyklot ist 22 Schaden Mining Speed ok es ist ein 20er Blaze template Skalipop Geist in Looter Welt ok zurück zurück was ist mit mir Luca ich habe gesagt du bekommst gerade in Geist Welt so Luca ich würde sagen wie soll ich schon mal vorwenden ok ich bin gerade ich spring jetzt gerade in dein Portal rein ah du bist eh hier ja hi Abfahrt Leute ab gehts ok Alter ich sag dir gleich crasht noch der Server weil wir gleich sag ich dieses Portal Heike ich bin schon der Erwält hey ich nicht bei mir löhts noch ich sag dir ich crash hier noch hier hier bist du ok meine Karte Heike du bekommst kein Schaden na jetzt genau Leute ich fahre noch mal ins Portal so musst du Leute daneben ist noch eins ja du hast ja ein Portal ich habe ein Portal Digga das bugt so wenn wir mehreren Portal haben nein das ist nicht mein Portal das ist nicht mein Portal weil mein Portal Leo hat glaube ich noch eins ganz anders na Leo hat keine Hilfe ich bagge ich bagge ok Luca wir müssen in die Richtung hier äh ich hab noch so einen Stab von ähm Dings bekommen von Spanx zu den Kuhn hast du den auch ok nö ich hab ich hab nur Level Heart Kanister ne Brust und Reparaturbücher bekommen und so ein paar Herzen ich hab noch so ne Stuff und äh ein Schild für äh Schild wahrscheinlich wegen PvP du kennst dich ein bisschen mit Twilight Forest aus ist ja ist die stark die Snow Queen weißt das ja es glaub schlecht hm das wird ich weiß ich hab gesagt so schlecht ist sie glaube ich nicht so weit bei ist ok Leute mal schauen wie die wird ich hab kein Bock zu sterben Luca wir sind aber die krasse schon im Spiel wir machen die schon ja äh ups leider hier kurz weil es kill aktuell wir auch naja ich kann ja auch Skates machen ok Leute ich skates bang hier ok ich hab eh nicht mehr Feuer kann ich noch und Explosion ok ein bisschen den Bogen schützen und Leute falls wer fragt falls es anders aussieht ich hab hier ähm die VW runtergestellt auf 77 und jetzt gleich aussieht wie davor weil davor hab ich Leute das auf äh so äh mein V ist auf normal ihr seht das ist so verdammt schnell ich hab ja das ich hab das dann auch normal sicher aber ich hab ich bin schneller als immer auf ich hab das leider haha ja das ist gemein ich bin ich hab kein Blut leider von Spicks bekommen ok wir sind gleich da Luca weil ich hab so weit runter gestall damit so auch nicht so auf rüber speed ok wo bist du hier schnell hier ich seh die Mauer schon ich seh mal hast du Blöcke ok ich hab noch ich hab 30 Euro ich hab 30 ja ich seh die Mauer auch hier sind die Welt wird angegriffen hör auf mich anzugreifen ah danke hier waren Jeti Raki wo bist du ich hab bei mir der mich angegriffen ok gut und Blöcke gegeben ich hab so ich baue mich hoch Leute ist ein Pinguin warum bauen wir uns eigentlich hoch wir haben unsere Drachen Stinn aber es wäre ein bisschen Baggy mit ihm rum zu fliegen und bisschen Lech ja nein ich flieg jetzt an weil ich bin hier vor der Mauer ok ich bin eh schon oben ich spring da kurz hin ok ok ich sehs Luca ich sehs ich sehs joo warte Dappen warte kurz ich komm gerade ok diese Blöcke sind geil die nehm ich mir mit die nehm ich mir mit die nehm ich mir mit ich guck hier hoch was ich bin hier oben nur mein Problem obwohl komm ich hier runter ok er ist runter was machst du da und da auch hoch der Leute ich baue hier diesen Tempel aufs Spiel ab wie sauber Blöcke und sie sind geilig ist auch nice aus wo sind die Galt aber was er will für den Weg ich kann nicht einsammeln ich kann nicht einsammeln hä warum es geht nicht er jetzt jetzt ok Luca wo ist der Eingang aus dem Plan der Eingang ist nope aber ich nehm auch ein paar Blöcke von denen mit weil die sehen ja lass das nach der Folge machen lass das nachdem wir die gekillt haben Walter braucht einem wie lange zum abbauen ja das ist allgemein bei den Blöcken hier wo lang hier ist ein Eingang hier ok ich hab hier den Weg hoch ok ich nehme Fackeln in der Hand ich auch damit Licht ist ok ich weiß jetzt nicht genau in welchen Turm von den Sichtturmen das ist wenn nicht Leute cutten wir wenn die Leute wenn sie ihn lange brauchen ich bezweifle aber dass das der Turm ist ey ich komm nicht um die Kurve wenn ich so schnell und das dann die Kulster ist äh ich müsste runter oder warum weil da oben ist da nicht alles geblockt ok warte ich bau ab boah was machst du ok ähm äh ich bin eh runtergefallen oh oh du bist ja runtergefallen ah da oben war nichts besonders da war keiner jetzt kein Boss jetzt aber Leute wir müssen jetzt erstmal ok leut Luca ich würd sagen wir cutten ok leute wir sehen uns dann gleich wenn wir die Queen her ok Schuhen Leute wo gleich das denn wo ist das denn oh hier ist was hier ist was war kurz hier ist was lol ok hier ist was Leute Leute Hilfe die kriegt keinen Schaden Luca die kriegt keinen Schaden Hilfe ich probier ich kann die auch keinen Schaden machen vielleicht Leute ich hab Levitation hallo Leute Leute ich kann hier kein Damage kriegen kann man mit der schreiben aber hä warum machen die ja hallo Springsteiger Leute ich kann die andere was lol Luca was hallo war kurz ey kann hier jemand ey ich krieg jetzt bei ich werde von Spikes angegriffen ich bin die Göttin vom Twilight Forest wir sollen dich töten du bist böse ich hab kein Problem mit der Stress anzufangen ich kenn die einfach ja Antoine einfach ja ähm was du bist hier gerade du bist böse du bist böse das ist dieses mickige Stück ey er ist nett stimmt nicht hä Spinks war immer ne zu mir ey dies uff wollte ich zu einer mächtigen Königin ne ich mag's bei Spinks ich mag's auch Spinks gibt uns tolle Sachen äh Firegun und Lelex können kommen ich würde euch besser belohnen und schützen für das ist ein Angebot aber ne er gibt uns auch so schon krasse Sachen und er mag uns ich meine guck uns ein Krop an ja wir haben krasse Sachen das oh oh was das oh oh was das was wird die von mir es werdet oh oh Luca Luca ihr bereuen oh Luca ich glaub wir sollten weg nö nö ey ey lass es dir jetzt kommt aus Hilfe okay ich kann sie nicht auch schnell verschwinden verschwindet was nö was willst du machen Geht hier zu eurem Armseemmungsillen zwingst sie sagt die in ja Luka die kriegt keinen Schaden ihr werdet sehen was ihr davon habt luker hilfe hilfe sagt 20 20 gar nicht mit sparen das mit dem spiel geht nicht es geht gar nicht ich habe einen bogen ich habe aus die kriege luker hilfe ich sehe nichts luker wir müssen los wir müssen weg wir müssen weg wir schicken einfach fabi und leo ich lebe ich lebe ich lebe ich werde angegriffen ich sehe nichts ich bin auch nicht mit den außen tun ich werde ich werde von irgendwelchen wesen angegriffen heute was ist das in folgen noch okay wir haben glaube ich versagt die zu kill ich habe ich habe mich gewerke ich würde ich würde sagen wir bauen uns raus ich möchte nicht mehr leben es kann ich lebe ich bin irgendwo am rand ist als ich springe raus ich habe einen blocker mit ski gemacht damit ich habe sie leider ist bei mir exakt nicht auf den sack gehen ich möchte mir was sie verfolgt uns hilfe ich lebe ich lebe ich bin hier unten wir müssen weg wir müssen weg ich lebe sie sind an mir her ich flüssig was sagt ihr kommt runter kommt runter ja ich bin hier unten luker lenkt sie ab ich baue blöcke lenkt sie ab nein lenkt sie ab ich habe ein bisschen von blöcke aufwünscht ich habe es ist das für eine ich glaube ich weiß nicht wo ich bin sie finden ich bin ach es ist nicht verloren okay sie hat nicht verloren alter ich bin aber was ist das für ein jung wie op ist die denn bitte okay sie fliegt mir rauf okay gut okay ich glaube sie merkt nicht dass ich hier die blöcke ab er ist gelegte leute wir haben blöcke zumal ich bin es gesagt mit üben auf das hat ihn ähm so gut er ich glaube wir kriegen es auch schon bestrafung die nähe ey was wollen wir machen die bekommen ja links in keinem ich bekomme so wieder machen heute das muss uns einfach besser warten die Leute was schreibt meine kommentare wie er handeln würde als bingst hier ist der leichte von drachen aber da ist gerne keine keine haupt mehr das nur noch die knochen sind ja die in die sporn ja manchmal so in der um in der umgebung Leute hier ist ein schwarzer dungeon hier sind irgendwelche wesen wo sind irgendwelche komische wesen ich komme zurück zum turm ich bin ich bin weg vom turm und hier ist bonis alte rasse wo ist eigentlich boni ich gehe ich gemerkt dass er ist eine gute frage stimmt ich bin auch nicht Leute was ist da was ist das für ein dungeon wo bist du ihn geflogen von turm hier ist eine statue okay mit mir Leute mit mir was ist das für Blöcke ach du keine das sind auswiegend so aliens hilflich wird von aliens angegriffen die an der zwei der vollste ich verrückt leute klären heißt aber das sieht der cool aus weil ich habe ein paar gekehlt er hat er auch nicht stelle ich sie doch bitte mache ich die alleine schon kann an ich will mir angucken wenn du hilfe bei der Sack der Schale als er ist so gut wie tot da hat er erst vor mal ist auch 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 mehr als stacheln in dieser der sich gut ab es geht zu gehen ja mal kurz davor noch er ist gelieb auf ich fühlte nur ein bisschen das ist mein drach ein hässlich sind das weiße es gibt weiß drachen schuppen blau weiß das blau weiß ja im wahlreicht aus um drinnen ich will mal die Rüstung sehen um ein gut drängst gehe mit sie über white boah sieht die geil aus leute ich weiß aber der drache sah nice aus stell ihn vor als drachen oh geil ok Luca hier ist noch dieser Yeti Boss lebt er hier noch oder habe ich den schon gekehlt na guck lass gucken sonst ja er lebt noch hast du schon die Trophäe von nein es gibt keine Trophäe von ihm das ist ja das Problem nein 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 es droppt nix hä doch alter lag das hier ich hab zwei von denen gekehlt er hat nicht einmal was gedroppt ich hab ganze Animations aufgestellt doch er hat was gedroppt hä ich werde angegriffen ja er droppt oh sorry Luca sorry hä weil weil Yeti er achso er droppt keinen achso ich hab gedacht hab ich dir doch gerade gesagt als Entschädigung dafür hat mir Spings irgendwie so ein Helm von dem gegeben das ich jetzt als Trophäe nehme brauchst du ne Achter Schaufel ich hab sogar ne nein ich hab schon ne 17er ok Leute ich würd sagen das wärs einfach mit der Folge aber ja ich würd auch sagen wenn es euch gefallen hat dann lasst doch ein Like und keinen weiteren Video zu verpassen abonnieren und schaut euch die Folgen von Luca ich würd sagen wir schreiben einfach gleich Leo und Fabi dass sie mal mit der Göttin reden können die werden hier glaube ich eh von Spings gehasst und soo tschau leide hee 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 uuuu ྾�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������